servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas es ist gar nicht kalt ihr seht wie ich angezogen bin minus zwei grad oder so da hinten geht schon die sonne unter obwohl es irgendwie zehn vor vier ist wir sind zu besuch bei katharina kruse und dem tim im deister also bei hannover in der nähe ich habe gar keine ahnung ich war hier noch nie wirklich kenne keine trails aber soll ganz cool sein oder war ganz cool weil wir waren den ganzen tag unterwegs es hat wie gesagt minus zwei grad heute nacht minus sechs grad gehabt und es einfach nur kalt aber hat trotzdem bock gemacht und jetzt mega der schöne sonnenuntergang schnee liegt auch ein bisschen also war echt ganz geil katharina kruse schon wieder hier am influencen instagram ist am start dann wäre es noch am start hier die racing szene lena arndt und natürlich tim es geht am snacken der friert sich den arsch ab nick willner ist mental auch dabei aber der ist noch am 1000 wappdressen dahinten der ist noch ein trail extra gefahren den hole ich gleich auch noch mal vor die kamera weil der muss auch noch irgendwas dummes labern bestimmt aber ich muss mir jetzt beeilen schluss mit dem intro weil uns ist allen kalt und wir müssen weiter weil sonst frieren wir definitiv ein für euch gibt es jetzt ein paar verschneide trails war echt cool heute hat echt spaß gemacht und ja ich würde sagen wir starten nach dem intro einfach ein paar gopro clips von den trails einmal bin ich mega gecast und ich habe mega schmerzen in der leiste deshalb war ich heute nicht so geht es heute nicht so ab wie sonst aber egal ich wünsche euch wie immer viel spaß mit dem video und würde sagen genug gelabert let's go oh gott uaah 4 Liter oh Gott ist das rutschig man kennt die Trails halt auch nicht Hilfe oh Gott 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 okay cruiser ja meine Brille bist du hier meine auch oh 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 Oh, das ist so schön. Oh Gott. Oh Gott. Man sieht halt auch nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Oh! Ah! 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 Cruising! Come on! Haha! Alter! wow inside geil ich dachte hier kann man ein bisschen shortcutten woah Chopsie! Wow, kein Cruiser! So Freunde, da war der Goplo Akulär und mein Sattel vom Rumgerutsche gerade krumm. Aber jetzt habe ich die anderen natürlich verloren. So, da haben wir sie wieder eingeholt. Katharina vor mir. Mal ein bisschen kommentieren hier für euch Freunde. Aber ich muss mich auch hart konzentrieren, weil die lässt es hier übel stehen schon wieder. Man muss sich hier nicht konzentrieren um dran zu bleiben an denen. Alle hier voll racing. Jetzt sieht man mal wenigstens ein bisschen was. Also man sieht hier heute wirklich schlecht, wo es Grip hat und wo ich nicht so wie gerade fast gestorben bin. Rausziehen. Krank. Wirklich kranke Bedingungen. Minus 2 Grad. Vereist. Rutschig. Tausend Laken Klamotten an. Highline. Aber geile Trails hier. Auf jeden Fall. Aber ich kann schon wieder nicht mehr. So, weiter gehts. Ich weiß überhaupt nicht wo es lang geht. Aber. Jetzt sieht man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie in der. Wie in der. Wie vertächt, drei Mal 해야 samanle ich mich in der Reise. Wie ich weiß. Ab so zu wenden. Auf jeden Fall ist es okay. Ja mal dran! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt soll es nochmal technisch werden, ich bin komplett eingefroren. Ich hoffe, dass der GoPro Akku noch hält so lange, weil in der Kälte hier gehen die einfach doppelt so schnell her wie normal. Bin ich jetzt mal gespannt, was es hier gibt. Ich habe Hunger, mir ist kalt. Irgendwie Muskel gezerrt oder so in der Leiste. Richtig geil. Alter. Geht schon gut los. Ich war die letzten zwei Wochen krank. Also perfekte Bedingungen, um wieder reinzukommen. Geil. 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 Ja Leute, ihr habt es gesehen. Geist krank hier runter. Aber bevor meine Finger jetzt ganz einfrieren und ich die Tasten nicht mehr drücken kann. Das war's mit dem Video. Es wird auch dunkel, wir fahren jetzt heims. Es ist einfach nur kalt. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Radfahren. Nächsten Sonntag seid ihr wieder am Start, würde ich mich freuen und bis dahin macht's gut. Hört rein. Lena sagt auch tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017